Auch das neue OnePlus 2 ist wieder ein Smartphone mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Für 340 bzw. 400 Euro gibt es kein anderes Smartphone mit Qualcomm Snapdragon 810 Prozessor, 3 respektive 4 GB Arbeitsspeicher und einem Fingerabdrucksensor. Gut gefallen uns beim OnePlus 2 die Verarbeitung, das helle Display und die Kamera. Diese macht sowohl bei Tageslicht als auch bei schummriger Beleuchtung gute Bilder. Der Fingerabdrucksensor ist im Home-Button untergebracht. Das Entsperren mittels Fingerabdruck erfolgt bei unseren Versuchen schnell und zuverlässig. Trotz des verbauten Snapdragon 810 Prozessors mit seinen hitzebedingten Leistungsverlust reagiert das OnePlus 2 schnell auf Eingaben und läuft flüssig. Als Betriebssystem kommt OnePlus' eigene Android-Distribution OxygenOS zum Einsatz. Zurzeit bietet sie erst wenige Zusatzfunktionen. Dazu zählt Shelf, eine Übersicht in der zuletzt genutzte Apps und Kontakte angezeigt werden. Zusätzlich können Widgets platziert werden. In dieser Preisklasse ist das OnePlus 2 trotz der Einschränkungen des Snapdragon 810 eines der besten Smartphones. Wer mit dem Gedanken spielt, sich ein Smartphone mit aktueller Hardware zuzulegen, dürfte nicht am OnePlus 2 vorbeikommen. Zunächst einmal ist das Smartphone allerdings nur mit einer Einladung erhältlich. Zunächst einmal ist das bei dem Gedanken zu sprechen. Bis zum nächsten Mal.